Es ruckelt. Mal wieder. Wer hätt's erwartet? Ah, und bei mir... Ich sitz hier auf einer Stehend aus 7 Chunks. 7 Chunks? So viel hast du gleich. Ist ja richtig übertrieben, Bökel. Ja, und hier komm ich nicht weg. Wieso nicht? Warte, ich will mir das jetzt anschauen. Bis wohin du laufen kannst. Oh, die Chunks sind irgendwie kleiner als ich gedacht hab, wenn ich da auf die Map schau. Ich dachte immer, Chunks sind viel größer. Aua. Aua, mich hauen. Ich nicht. Ich trete dich. Wir drücken da nicht falsche Richtung. Es ist hässlich. Es ist ein Bökel. Also, hier ist ne Ecke. Warte, ich steck mal die Ecke nach. Mit nem Knochen. Mit... Mit Cobblestone. Da kann ich nicht abstecken. Hier ist Wasser. Oh, hier ist bei mir auch grad ein Chunk. Fuck. Warte, folge mir einfach. Jetzt noch weg. Warte, ich steck mal noch bei dir nach. Warte, ich steck mal noch bei dir nach. Ja, ich sehe die Chunks hier auf meiner Karte, so ungefähr. Dann ist hier wieder ne Ecke. Hä? Wie seltsam ist das denn bei dir? Wie seltsam ist das denn bei dir? Wie seltsam ist das denn bei dir? Dann geht's hier wieder zurück. Ich weiß, das... Das sind so sechs Chunks, die schön gesetzt sind. Dann der siebte steht... Dann wieder hier. Die beiden. Da. Das merkt schon, Lars. Und, ist jetzt da? Jetzt sind die Chunks wieder ganz anders. Jetzt ist die Kürbisfarm nicht mehr drauf. Ach, hier musst du alles nochmal neu setzen. Lass mich raten. Ab ungefähr hier fehlt die Kürbisfarm. Ja, ziemlich genau. Ich lauf bis zur Grenze. Hier. Es ruckelt. Ich fall gleich auf dein Feld und mach alles kaputt. Ja, anscheinend doch nicht. Nicht. Und da steht. Wenn es bei mir ruckelt, dann... Sonst mach ich urheberrechtlich geschützte Musik an. Du musst in deinem Kopf und ich sollte nicht auf dem Kaktus stehen bleiben. Also warum mach ich das? Explain! Mein Gott, da liegt kein Eis rum. Heißt, ich hab's jetzt zu langsam eingestellt? Äh... Ach ne, da ist wieder das obligatore Eis, das rausfällt. Die haben cooles Eis hier. Es geht innerhalb von... einer Sekunde von 300 Grad auf 0... auf 6 Grad runter. Muss ziemlich kaltes Eis sein. Oder nicht? Äh, Bökel, wann haben wir angefangen? Umgekehr... 2 oder 3. Oder so dazwischen. Haben wir um 2 oder um 3 angefangen? Oder eher so dazwischen? So halb. Du musst doch irgendwo was zum Essen haben. Jetzt antworte! Du musst doch irgendwo was zum Essen haben. Hör kurz mal zu. Ich weiß nicht, wie das rausfällt. Ich weiß nicht, wie das rausfällt. Okay. Haben wir um 2 oder um 3 angefangen? Oder dazwischen? Wie es denn? Wollt kaum um 3. Ja, es ist jetzt 3. Weil es jetzt gerade eben 3 ist. Also es ist jetzt 2. Also nehmen wir seit ungefähr 150 Stunden auf. Das heißt du lachtest noch nicht lassen. Hä... Connection lost. Ja, Connection lost Eibolka. End of Steam. Hast du kein Steam mehr. raus und Prozent du musst ja unbedingt mal Prozent ich weiß nicht ob es auf YouTube gibt aber ich hab's auch CD vielleicht Prozent nämlich doch mit Schrapp auf und lad's auf YouTube hoch äh GameStar Review von Dingern Right to Hell Retribution das Review von GameStar das ist so geil und die Schläge hören sich an wie Schlag auf Rinderhälften gemischt mit Scheißlapp sehr interessant hört sich das mal an ich glaub das da brauch ich noch naja jetzt brauch ich schon wieder zwei so elektrisch ich hätte das eher schauen sollen jetzt muss ich mal selber hier schnell disconnecten weil jetzt ruckelt er sehr schnell zum neu starten ich dachte bei dir ruckelt schon die ganze Zeit was soll das lügst du mich hier etwa an bist du ein Lügner bist du ein Lügner ähm er ist tot er ist tot und niemand hat ihm irgendwas in den Kopf gestochen glaub ich jetzt ist Nacht es macht Geräusche ja sehr seltsame Geräusche ja es schlägt äh Knubbelteil ja Knubbelteil ja Knubbelteil ich hit der Knubbelteil wird der Knubbelteil und nach morgen werde ich wissen wer der neue Doktor ist ich werde auch gleich wissen wer der neue Doktor ist es ist vermutlich John Hurtz aber egal ich bin der neue Doktor ich bin der neue Doktor also der wird irgendwo das ist viel zu fetter oh guck mal die Törtel hat sich geklont what the bug oh ne hä hä warum nein der ist doch nicht geklont ich bin die Baby Törtel aber warum hat die aufgehört nur weil die voll ist lass die doch nicht einfach aufhören was soll das denn ja das war nur mach mir keine Hoffnung anzeige anzeigebuch ähm ok ich muss übrigens ja ich folter dich auch gleich NEI das war das Falsche mit was braucht man das ab stimmt mit der Range voll möglich voll möglich auf Sachen zu erzählen was höre ich noch ausversichtlich zu du versuchst dann zu verstehen von was für krankes Spiel du wieder redest siehst du Rage da haben wir es schon jetzt ist Rage da gleich wieder ich muss immer gleich ausrasten immer gleich übertreiben typisch Pörkl äh das war jetzt grad sehr sehr intelligent äh das war jetzt grad sehr sehr intelligent kann man jetzt auch gar nicht bestreiten ne Intelligenz ist die größte Intelligenz des gesamten Universums ich hab Uran gefunden ne ich hab Uran gefunden der Anzeige Bug hier ich hab Uran gefunden also ich hab's gesehen aber ich komm da nicht hin weil das 20.000 Blöcke unter der Erde ist blub ne ich komm da auch gleich Uran Entschuldigung jetzt hier ist Uran warum zeig ich das immer end of stream ah fuck you ey das hat Oxydee abgebaut warum baut das immer so S2 hier ist so ne Block ab und fährt dann so komisch rum und braucht dann am Ende den Block wieder hin was soll das das ergibt überhaupt keinen Sinn äh es wuckelt ach schneller ich will da jetzt hinkommen na egal dann schau ich mal dabei ob die elektronisierten Wasser fertig sind was sind's da sogar jetzt eigentlich nicht gerechnet ok brauche ich noch irgendwas also irgendein Energie Sammelding wäre glaub ich ganz sinnvoll glaub ich hm 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 das ist dieses Upgrades muss ich erstmal alle noch weg brauche ich auf jeden Fall noch so ein Teil des oh wie hieß das nochmal irgendwas mit Cube glaub ich nein das brauche ich nicht Ardman wie hieß das hässlich sein hässlich sein oh das ist wichtig MFS vielleicht Direktor Area Project ich nehme mich das schon wieder an Kratztier das Kratzt mich so an Pro 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 Tube ah Tube und nicht Cube kann das das sein das das sein ich weiß es nicht ehrlich gesagt keiner nein ah deshalb werde ich es jetzt einfach nachschauen äh 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 hier na gut na gut der Börtel ist jetzt grad noch weg Eis essen hab ich auch gerade gemacht äh ja ich hoffe es ist jetzt nicht laut wegen Wind ich hab grad Fenster offen weil grad damit es ein bisschen kühler hier drin wird ich werde jetzt noch mal kurz nachschauen im ersten Fall werde ich mal kurz nachschauen was war ok so heißen es jetzt nicht alle und zweitens mal werde ich äh äh hier geht man noch mal ich hab das halt auch das ist schon hui ob es die überste Rüstung die es hier gibt ähm kaffee na kann ich nämlich jetzt hier schauen was man hier alles braucht also man braucht eine äh 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 ne damit braucht man die ab umgesagt ne warte ist das eine oh ähm oder ne 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 und und ne 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 Und noch Area-Projektor. Also... Warum hat er es eigentlich aufgelegt? Egal, muss ich gleich noch mal schauen. Muss wahrscheinlich auch das Fenster zu machen. Oh, da braucht man viele Niemanden. Aber es geht ansonsten eigentlich. Brauche ich sonst noch irgendwas? Das Ding habe ich. Das auch. Die anderen sind nur zur Verbesserung. Dann brauche ich halt noch irgendwas, das Strom macht. Also am besten... ... es gut zu speichern. Alter, ich habe hier so viele Teile. Die kriegen trotzdem kaum Energie. Ist ja krass, was ich glaube, wenn es Nacht ist, ist es instant leer. ... ... ...